Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge von Let's Play Tropico. Und zwar werden wir in dieser Folge, so wie versprochen, mal einige Bürogebäude bauen. Und zwar 13.000, das heißt wir können uns da schon ein bisschen was für leisten. Die sehen ja an sich auch relativ cool aus, muss man ja mit dazu sagen. Stellt die Frage, wie rum ist da jetzt eigentlich richtig rum? Ich glaube fast so hier. Und dann machen wir es jetzt mal so, zack, zack, zack. Und dann hier oben auch nochmal, zack, wo war das mal da mal was anders? So, dann zimmern wir hier die Straße durch. Die kriegen auch alle hohe Priorität, damit die hoffentlich in dieser Folge noch fertig werden können. Und damit sich das auch lohnt, gibt es ja auch glaube ich bei den Wohngebäuden, ja modernes, das haben wir noch nicht. Das sollte aber jetzt auch gleich fertig werden, 20 Monate. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit zur Napoleon-Komplexe-Wette hinzubauen, da macht man hier so einen großen Standort quasi rein. Muss mal gucken, wie wir das regeln können. Dafür müssen die eventuell weichen. Muss mal gucken, wie wir das regeln. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Und für das Erdgas bin ich am überlegen, damit die Abfälle von hier besser für recycelt werden, machen wir hier vielleicht noch so eine Öl-Raffinerie hin. Muss man mal im Auge behalten, ob das für uns Sinn macht oder nicht. Aufzuchtbecken. Wegen den Fischern, da war ich auch nochmal mit überlegen, ob ich eventuell so einen Fischereihafen hier nochmal irgendwo auf der Insel hin baue. Hier hinten könnte ich zum Beispiel einen hin machen, dann könnte ich hier die Straßenanbindung machen. Müsste gucken, ob das so sinnvoll ist oder eher nicht. Und hier hinten gab es ja glaube ich auch nochmal welche. Genau, da gibt es einen Fischvorkommen, aber da ist auch ein Öl-Vorkommen in der Nähe. Und sonst gab es hier vorne keine mehr, ne? Ne. Sind überhaupt noch Fische? Fischvorkommen keins, ist natürlich super. Vielleicht kommt das ja noch wieder, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das heißt, es macht vielleicht wirklich sogar Sinn, dass wir das hier dann bald meinen Anspruch nehmen. Vorher lassen wir aber hier die Ölvorkommen abbauen, die will ich weg haben. Und wenn es gut läuft, können wir nämlich dann, wenn wir so viel Strom über haben, dann auch endlich die Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. So, neue Aufgaben gibt es aktuell keine. Aber das ja ist rum. Das heißt, mal gucken, was dann auf uns wartet. Und wir können dann hoffentlich mit dem geothermischen Kraftwerken auch nochmal eine Menge Strom produzieren, dass wir dann drei, vier, fünf Stück noch zusätzlich bauen. Wir haben ja neue Kirchen gebaut, wie sieht es eigentlich damit aus? Die hatten wir ja vorhin schon hier. Das war ja auch schon. Da ist die... Achso, die sind ja auch noch nicht fertig. Sie sind wie ein guter Vater der ganzen Nation Tropicus. Manche sagen vielleicht schon, dass sie zu gut sind. Okay. Ihr Familiendynastie Silvia Daniello und Marcia Daniello sind noch immer wütend aufeinander. Es wird Zeit, sie wieder zusammenzubringen, damit sie sich vertragen. Am besten eignet sich dafür eine altmodische, hausgemachte Mahlzeit. Erhöht Nahrungszufriedenheit auf 60. Und 15.000 fürs Nummerkonto. Wir haben ja so 82er, das heißt, das ist echt easy-beasy. Und fertig. 15.000 aufs Nummerkonto ist nett. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich? 41.000. Ist ja nicht schlecht und wir könnten einen Stufenaufstieg, könnte man eigentlich auch irgendwann mal machen, wenn wir mal genügt haben. Nach dem Szenario abgeschlossen ist. Hm. Kann man hier eigentlich was machen? Modernisieren? Nee. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal schön. Napoleon-Komplex. 14 Monate noch, dann geht's los. Was machen unsere Handelsaufträge? Äh, da. Zucker braucht noch ein bisschen. Stahl braucht auch noch ein bisschen länger. Ananas ist bald fertig. Medikamente braucht noch ein bisschen. Braucht noch ein bisschen. Braucht auch noch ein bisschen. Alltag rück, nee. So, 88%. Wetten, dass wir danach wieder so bei 70 liegen? Elektrischer Lichtbogen. Stahlwerk verbraucht 20% weniger Rohstoffe. Hm, gut. Ich bin jetzt echt nur am überlegen, ich glaube, ich baue noch ein zweites Stahlwerk hin. Und da könnten wir uns nämlich entweder noch eine weitere Fabrik hinsetzen, aber, naja, mal gucken. Modefirma, brauchen Napoleon-Komplex. Jetzt haben wir hier noch die Schokofabrik und die Elektronikfabrik. Produziert Elektronik aus Bauxit und Gold. Schokolade aus Kakao und Zucker. Hm. Beide kostenfrei. Beide brauchen aber Studierte. Wie groß ist denn hier die Elektronikfabrik? Ginge sogar. Die könnte man eigentlich dann hier relativ entspannt hier hinbauen. Ich glaube, das machen wir auch. Und die Schokofabrik? Geht eigentlich. Wäre auch noch kostenfrei für uns. Muss man mal schauen, wie wir das regeln. Boah, super. Unser erster Komplex ist fertig hier. Geld sieht super aus. Das läuft. Äh, nee. Zack. Eine äußerst verfahrene Situation. Der Papst weigert sich nach Hause zu fliegen. Ihm gefällt es hier. Der Vatikan hat unbissverständlich klar gemacht, dass er zurückkehren muss. Und sogar angeboten, uns dafür etwas zu zahlen. Wir könnten auch ein paar kontroverse Aktionen durchführen, die ihn dazu bringen, aus eigenem Antrieb abzureißen. Aufgabe erlassen Sie die Verordnung, gleichgeschlechtliche Ehe und Stammzellenforschung. Effekt, Sie bleiben mindestens, äh, Sie bleiben für mindestens zwei Jahre aktiv. Mhm. Ach so, die, die Verordnung wahrscheinlich. 15.000 die Staatskasse. Nehmen wir erstmal an, ablehnen kann man ja gleich immer noch. Ähm, Stammzellenforschung. Alle Kliniken und Krankheitserzeugen erzeugen Forschungspunkte, aber ihr Budget steigt. Finde ich jetzt nicht schlecht. Unseren Forschern, unsere Forscher bitten um Erlaubnis für Stammzellenforschung. Ich wäre sofort Feuer und Flamme, doch es scheint, dass die Sache nicht ganz unumstritten ist. Deshalb wollte ich Sie zuerst danach fragen. Wo wir gerade davon sprechen, was sind Stammzellen und worin unterscheiden sie sich von den normalen Zellen einer Polizeiwache? Effekt, alle Kliniken und Krankenhäuser, bla bla bla. Jo. So, das ist eine. Eine äußerst verfahrene Situation. Gleichgeschlechtliche Ehen erhöht garantiert irgendwie unsere Freiheit. Müssen wir mal gucken. Erlaubt gleichgeschlechtlichen Paaren die Heirat und den Besuch der Insel. Freiheit und Tourismusindex steigen. Unruh nehmen zu. Hm. Aber mal trotzdem. Die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen ist vielleicht nur ein kleiner Schritt für Tropico. Doch sie ist ein großer Schritt für die Weltherrschaftspläne-Präsident. Aus sicheren Quellen weiß ich, dass diese Verordnung zum Zusammenbruch der westlichen Welt führen wird. Dann kommen wir ins Spiel. Besetzen alle Länder und beherrschen mit einer Faust, die in einem Regenbogenen Farm samt Handschuh steckt. Gleichgeschlecht. Erlaubt gleichgeschlechtlichen. So, das heißt der Papst verlässt uns. So, dann haben wir noch neue Verfassungsoptionen und zwar, ähm, äh, neue Optionen hier. Atomwaffentest knöpft ab Supermächten Geld ab. Okay, Auslandsbeziehung sinken gewaltig ist natürlich super. Stoppt den Tabakanbau und schließt alle Zigarren verpicken. Senkt die Sterberate, erhöht die Lebenserwartung, senkt Freiheiten, erhöht Unruhen. Finde ich jetzt irgendwie alles nicht so toll. Außer halt, dass die Sterberate sinkt, aber hm. Drogenlegalisierung bringt jährlich Gewinne ein, doch senkt Auslandsbeziehungen erhöht den Tourismus. Mhm. Mit Fahrerzentrale senkt die Anzahl der Menschen, die Autos benutzen. Das machen wir mal. Staus auf die wirken, ja, kann nicht wirkt, oh ne, um, Staus auf die kann ich wirklich verzichten, Präsidente. Wir sollten uns darum kümmern. Wenn wir mehr Leute ermuntern, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, sollte das die Straßen in der Hauptverkehrszeit entlasten und unsere Transporteure und Bauarbeiter erlauben, ihre Zielorte schneller zu erreichen. Hm, ja, das ist mein Staus, das kenne ich irgendwoher. Ich stand neulich auch mit der Freundin auf der Autobahn für ein bis eineinhalb Stunden und hab mir wundervoll das Nummernschild von dem davor fahrenden Fahrzeug angeguckt. War super, macht Spaß. Was haben wir denn noch her? Steigert die Beliebtheit einer beliebigen Fraktion auf der Insel. Einige Bürger wechseln augenblicklich zu dieser Fraktion, die zukünftig mehr Mitglieder anlockt. Hm. Könnten natürlich Religiöse hier erhöhen, weil die mögen uns ja eh, ne? Fraktionen. Obwohl, die mögen uns jetzt nicht so sehr. Also sie mögen uns zwar schon wegen dem guten Ruf. Aber die beiden Sachen haben uns also ein bisschen runtergedrückt. Militaristen mögen uns. Kommunisten mögen uns. Kapitalisten mögen uns. Umweltschützer lieben uns. Industrielle mögen uns. Okay, Nationalisten mögen uns jetzt nicht so sehr. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil es sind 217 Wähler. Globalisierer haben uns eigentlich auch ganz gern. Deswegen mögen die uns ja eigentlich nicht. Nach Tropico eingeladen, EU. Hm. Die Kapitalisten mögen uns natürlich am meisten. Kommunisten haben wir auch sehr viele. Na, muss mal gucken, was wir machen. Das hebe ich mir vielleicht noch ein bisschen auf. Was haben wir denn noch? G-manipuliertes Getreide. Die Bürger benötigen weniger Nahrung. Monatliche Unterhaltskosten. Klingt nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat auch irgendwie keine negativen Auswirkungen, oder? Es scheint, als hätten einige Leute Probleme damit, dass wir gen-manipuliertes Getreide anbauen. Sie würden uns lieber dünnt, schön und unterernährt sehen. Meiner Meinung nach sollte uns das nicht stören. Wenn jemand deswegen ein zweiter Kopf wächst, führen wir ihn einfach in den Zirkus vor. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich würde es eigentlich ganz gerne machen. Also, persönlich halte ich nichts von gen-manipuliertem Getreide. Aber der Effekt ist natürlich nicht schlecht. Und ich glaube, alleine deswegen lohnt es sich, dass wir das machen. Das läuft hier noch. Was können wir denn noch machen? Tourismuskampagne, warte ich noch ein bisschen. Gipfel treffen. Das können wir ruhig mal machen wieder. Aus penultimus Fibel zur Verbesserung der Aussatzbeziehung, blablabla. Das hat man, glaube ich, schon mal, ne? Das hier, alle Polizei und Militärgebäude verringern die Freiheit weniger stark. Ich will gerade noch mal kurz nachgucken, wie sieht es hier aus. Das sieht gut aus. Das heißt, das könnten wir uns eigentlich auch noch leisten. Ich dachte, das Sensibilitätstraining würde unseren Polizisten und Soldaten beibringen, die sensiblen Bereiche eines Unruhestifters zu treffen. Aber weit gefehlt. Scheinbar hinterlässt eine moderne Polizei und Armee bei den Leuten, die sie niederknüppeln, keine Spuren und benutzt stets höfliche und zuvorkommende Worte, während sie ihnen ihre Bürgerrechte aberkennt. Wer hätte das gedacht? Effekt, alle Polizei und Militärgebäude verringern die Freiheit weniger stark. Die Kosten hängen von der Anzahl der Polizisten und Soldaten ab. So, was kann man denn noch Schönes machen? Fracking wollen wir nicht. Rebellenprovokation wollen wir eigentlich auch nicht. Verhütungsverbot wollen wir auch nicht. Geheimpolizei. Die Polizei überwacht... Die Polizeiwache findet besondere Bürger und rebellende Fraktionsführer schneller. Hm. Könnten wir ruhig mit dazu machen? Wir haben es jetzt aktuell noch nicht so genutzt. Unsere Polizei... Oh, ein Erfolg freigeschaltet. Bürokrat. Unsere Polizei hat alle Hände voll zu tun, sich um die Verbrecher zu kümmern, Präsident. Daher sollten wir die Geheimpolizei ins Leben rufen, die sich um alle anderen Bürger kümmert. So wissen wir immer Bescheid, wenn jemand mit den Rebellen sympathisiert oder zu viele politische Ambitionen zeigt. Die Geheimpolizei wird Rebellen und Fraktionsführer schneller identifizieren, als sie Freiheitsberaubung sagen können. Dann können sie mit ihnen machen, was sie wollen, Präsident. Na ja, das machen wir mal mit. Was ist denn jetzt eigentlich der Erfolg gewesen? Garantiert war aber so viele Sachen hier. Straßenplaner, großes Maul. Bürokrat. In einem einzigen Spiel 20 Verordnung. Ja. Das läuft. Gut, das läuft jetzt alles auch erstmal wieder. Und da kann man mal gucken, ob unsere Verordnung hier auch mit dem weniger Verkehr, ob uns das dann jetzt unterm Strich wirklich was bringt. Da war gerade das Lager voll, das hat sich jetzt geändert. Mitten in den Wahlen natürliche Verordnung wie ein Begaster von uns zu geben, ist halt vielleicht nicht so die beste Idee, die man haben kann. Ich meine, da fallen mir wahrscheinlich drei Millionen bessere Sachen ein, die man machen könnte. Oh, Antikorien, die waren anscheinend instant fertig. Und jetzt machen wir mal hier oben, machen wir mal folgendes. Wir haben ja noch eine ganze Menge Geld. Deswegen machen wir jetzt mal hier oben folgendes. Kulturreisende, kolonialgebäude haben wir zwar nicht, aber wir können hier natürlich trotzdem noch mal welche hinbauen. Wir haben mal eine Strandvilla, bietet Platz für reiche Touristenfamilien. Das können wir eigentlich hier auch noch mal hinbauen, ruhig. Ja, wir machen mal hier hin. Ne, außerhalb des Stromnetzes hier vielleicht noch. Da unten kann man dann vielleicht auch noch mal welche hinbauen. Und was kann man noch machen? Landgasthaus, Bungalow, Billig Hotel, Familienressort. Historisches Gasthaus bringt uns jetzt erst mal nichts. Aber wir machen hier oben noch mal so ein paar Familienressorts. So, in der stillen Hoffnung, dass uns das hier noch was bringt. Und da die letzten Folgen alle so ein bisschen länger waren und wir jetzt heute auch wieder einiges gebaut haben, Verfassungen gesetzt haben und alles, würde ich sagen, machen wir die Folge ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, ciao! Und da war es jetzt schon wieder mal. Da war es